Hallo, mein Name ist René Nergenau von BenQ und ich darf Ihnen heute den LW61ST vorstellen. Das ist der weltweit erste Projektor, der mit reiner Laser-Lichtquelle betrieben wird. Das bringt uns einen enormen Vorteil. Zum einen, dass die Lichtlebensdauer bis zu 20.000 Stunden ausreicht und zudem noch durch den gezielten Einsatz des Lasers das Kontrastverhältnis erhöht auf bis zu 80.000 zu 1. Des Weiteren hat er das Feature, dass er extrem schnell an- und ausgeschaltet werden kann, das sogenannte Instant On & Off und ist sozusagen in 5 Sekunden bei voller Lichtleistung startklar für die Präsentation. Das Gerät wird höchstwahrscheinlich schon zur CeBIT verfügbar sein, zu einem Preis von 2.499 Euro und freuen uns, das schon auf der CeBIT vorzustellen.